Hallo Freunde, es ist mal wieder die Zeit des Monats gekommen, in der wir die Oh-Mai-Box des letzten Monats immer auspacken. Das ist die für Februar, ich weiß, ich hänge immer einen Monat hinten nach, die für März ist eigentlich auch schon unten, aber ich haushalte da immer ein bisschen. Das heißt, ich möchte jetzt eigentlich nicht zwei Boxen wirklich nah hintereinander öffnen und von daher mal schauen, wann ich das aufhole, dass ich mal nicht mehr hinterher hänge. Aber ja, heute kümmern wir uns auf jeden Fall um die Oh-Mai-Box des Monats Februar und bin schon gespannt, was drinnen ist. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Sache gesehen, die wurde gespoilert. Ich hatte ja Spoiler immer, aber naja, ich bin bloß nicht mehr sicher, ob das für Spoiler wurde für Februar oder für März gespoilert wurde. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So, was haben wir? Wir haben hier unseren 1000-Yen-Gutschein. Habe ich auch schon keine Ahnung, wie viel davon. Mal schauen, wann ich das nächste Mal was bestelle. Und hier haben wir unsere Beschreibung, die wir uns nachher anschauen werden. Ihr kennt das Prinzip. Das Zeug liegt links neben mir und ich hole halt Stück für Stück raus und beginne meistens mit dem kleinen, so weit das geht. So, ist das der Oh-Mai-Stick? Nein, das ist kein Oh-Mai-Stick, das ist ein Puff-Reiß-Stick von Comet Bar. Ja. Okay. Ja, also ich Puff-Reiß-Stick ist jetzt was, wo ich sage, okay. Ich bin gespannt, ob er süß ist oder ob er herzhaft ist. Ich hoffe, er ist süß, aber mal schauen. So, wir haben auch noch was Kleines. Das ist ein Keks, oder? Das ist, ich vermute, weil es sehr stark ist. Ja, okay. Ich weiß es nicht. Also für den Tutsi ist es wie ein Keks. Sehr niedliche Verpackung. Mal schauen, was nachher unsere Beschreibung dazu sagt. So. Dann... Oh, ist das Oh-Mai-Stick? Oh, bist du Oh-Mai-Stick? Ah, ich erwische ihn jetzt nicht. Dann würde ich sagen, hol mir erst bald das raus. Das ist... Das fühlt sich bröselig an. Okay. Das habe ich mal fast gedacht. Das ist, glaube ich, so was, das macht man über... ...über das Rahmen drüber. Also, ich sage mal, so kleine... ...kmusprige Teig-Teilchen. Hatten wir auch schon öfter mal in Nudelform drinnen. Ähm... Ja. Mal schauen, wie gesagt, was die Beschreibung dazu sagt. Was haben wir hier? Oh! Die hatte ich vor EWIG-Keiten mal drinnen. Die waren gut. Das ist prinzipiell, ähm... Ja. Das sind so... Oh, die ist jetzt peinlich. Aus Kinder-Country. Diese Cerealien. Oh, Mist. Was... Was sind das für welche? Oh! Peinlich. Ich weiß. Ich kenne mich nicht mal mit dem simpelsten Getreide aus. Aber die hier haben Cappuccino-Geschmack. Und die sind... Also, ich kann mich erinnern, die waren wirklich gut. Da freue ich mich, dass die drinnen sind. Bisher, äh... ...mein Lieblingsprodukt von den Kieren. Das könnte Mochi sein. Oh, nein. Die hatten wir damit auch schon von Ähnlichkeiten mal. So kleine Waffeln gefüllt mit Schokolade. Okay. Ah. Vielleicht ersetzt das dieses Mal den Oma-Listick. Weil das ist ja von der gleichen Marke. Okay. Sagen wir es mal so, ist mir ganz recht. Bin ich jetzt auch nicht traurig, wenn kein Oma-Listick drinnen ist dieses Mal. So, was haben wir hier? Gummibärchen? Oh nein, wir haben vom Pokémon ein Schokoskelett. Ja, das kann ich jetzt nicht ganz gut erkennen. Äh... Da gibt's mehr, ne? Sorry, das ist immer wieder Katastrophe. Ich weiß. Okay. Cool. Nice. Ist mir leider sonst nichts mehr. Also kein Aufkleber oder sonst was. Aber... Pokémon wie immer. So, was haben wir hier? Schokolade? Ah nein, irgendwie. Blue Seal Tablet. Ich vermute mal sehr stark... Nee. Hä? Ich hätte jetzt spontan gesagt, das sind irgendwelche Pfefferminz oder was. Aber da frage ich mich, warum da vorne eine Kugel Eis drauf ist. Das ist, glaube ich, bisher das Spannendste. Ja, da bin ich gespannt, was die Beschreibung nachher sagt. So, schauen wir mal, wie viel wir noch drinnen haben. Wir haben noch eine Sache, zwei Sachen. Drei Sachen. Drei Sachen. Drei Sachen. Vier Sachen. Wenn ich mich nicht erzählt habe. Unter anderem... Kommi welche? Nein. Milky Pistatio Flavor. Okay. Ich vermute mal, das wird Schokolade sein. Mit Pistati Geschmack. Okay. Das... gefällt mir auch gut. Oh. Da haben wir, glaube ich, noch mehr irgendwas unten drinnen. Aber interessant ist... Ich spüre dieses Mal keine Dose. Also kein Getränk. Hm. Vielleicht ist wieder Tee drinnen. Was haben wir hier? Ah. Pitca Zaha Torte. Okay. Ähm. Freue ich mich. Die hatte ich auch schon mal. Die gibt es bei uns im Asia Laden. Die sind wirklich lecker. Aber da... äh... Freue ich mich drüber. Ähm. Auch wenn ich sie schon kenne. Aber... Nice. Daumen hoch. So. Das könnten Chips sein. Ah ja. Chips. Oder... Ja gut. Chips sind hier nicht aber so... Ja. Snacks mit Erbsengeschmack. Und vielleicht irgendwas anderem noch. Mit Tomaten zusätzlich. Ich weiß es nicht. Ähm. Die... Also die genau kenne ich zwar noch nicht. Aber... ähm. Die Snacks mit Erbsengeschmack sind eigentlich immer recht lecker. Von daher nehme ich die auch sehr sehr gerne. So. Jetzt haben wir noch eins. Zwei. Jetzt haben wir noch drei Sachen. Da hatten wir vorhin eins wiedersehen. Sind das Gummibärchen? Nein. Immer noch keine Gummibärchen. Das ist immer noch gut. Das ist eher was mit... Ich fürchte mal Süßkartoffeln. Mit blauen oder nüller Süßkartoffeln. Okay. Ich will auf jeden Fall spannen den zum ausprobieren. So. Ich hab mir trotzdem geschockt, dass nächstes Mal... Ah. Was hat sich hier noch versteckt? Ja. Hier hat sich noch was versteckt. Oh. So ein kleiner... kleiner Fisch. Ich vergesse immer wie die heißen. Aber... Okay. Und dann haben wir noch Nudeln. Nudeln hatten wir auch schon länger nicht mehr drinnen. Okay. Nudeln. Und... Last but not least. Ah. Okay. Wir haben dieses Mal... Keine... Dose drinnen. Sondern... Café Latourie. Ähm. Das ist... Prinzipiell Kaffeepulver. Mit Matcha Geschmack. Okay. Cool. Ja. Verstehe ich. Ich meine... Ähm. Wie man sehen kann. Das Ganze ist immer noch winterbezogen. Ähm. Da glaube ich... Ist sowas wärmendes ganz gut. Ich weiß gar nicht. Was hatten wir beim letzten Mal drinnen. Beim letzten Mal hatten wir auch Tee drinnen. Ja. Also... Gut. Ja. Stört mich jetzt persönlich nicht. So. Dann gucken wir mal. Was denn alles Spannendes drinnen steht in unserem Heftchen. Ähm. Let's see. Bla 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 bla. Ich hoffe ich vergesse nachher nicht das Video zur Spiegel. Weil ansonsten wird es jetzt wahrscheinlich schwierig für euch zu lesen. So. Dann. Matcha Aguki Latte. Matcha Latte ist becoming more and more popular around the world. In your box this month discover a more original version with added azuki in Klamad red beans. The Koshian in Klamad drained red bean paste added in the Matcha Latte makes the taste smooth and savory. All you have to do is put the powder and 160 ml of hot water in a cup. It's perfect for warming up in the cold winter. Okay. Dann. Ah. Haben wir unseren kleinen Fisch. Ähm. Oma no Magwa... Was? Magwa... Ipponturi. Yeah. This delicious little manchu is made by a company from Aomori in northern Japan. This is shaped like a maguro in Klamad tuna, one of the specialties of the region. The city of Oma in Amori prefecture is actually famous for tuna fishing. The word Ipponturi in the product name means fishing with a rod. One of the ways of catching tuna. This manchu has a soft texture and contains Chiron in Klamad white bean paste. With black currant flavor inside. So, um. Black currant is schwarz johannisbeere. A pure delight to enjoy with the Matcha included in your box. To eat before the beginning of April. Oh. Okay. Then you have to go away. Okay. What have we done now? Tanmen with Cabbage. Tanmen is a kind of ramen born in the Kanto region. With a translucent broth made from chicken. This month you will be able to taste these noodles with the most classic version. Cabbage. Inseparable from Tanmen as well as Corn and Nira. In Klamad Chinese Chives. Are among the side dishes included. In this Cabramen. The preparation is quite simple. Just in case you can watch. Watch. Okay. Okay. Bino Plum. Bino are snacks made by Inamame. A type of pea eaten as an appetizer in Japan. With a shape and flavor inspired by it. This limited edition in your box also contains plum and a little bonito. So. To add umami. A flavor much appreciated by the Japanese. Okay. Bin besporned. With Flaume. Hab ich jetzt auch noch nicht. Ehm. So. Good. KitKat Saka Torte. This month in your box find a quite special and hyper limited KitKat. The Saka Torte flavor. This is a delicious Austrian chocolate cake. Very popular even in Japan. A fruity touch of apricot is added to the taste of chocolate. In the first moment. Ähm. Is it actually so. That man wirklich nur Schokolade schmeckt. Aber dann im Abgang merkt man die Pfirsicht relativ stark. Ähm. Ja. Also wie gesagt. Da freue ich mich. Also. Gut. Super limited. Dazu kann ich nichts sagen. Aber auf jeden Fall. Der Asia Store bei uns hatte die auch. Und dieser wirklich wirklich empfiehlt wird. So. Paletti. Purple sweet potato. These tasty little cookies are made with purple sweet potato and white chocolate inside. The marriage of sweet potato and white chocolate gives a taste close to that of Mont Blanc. Okay. Mont Blanc hatte ich auch schon lange nicht mehr. Das war mit Ross. Äh. Nicht mit Rosskastanien. Mit Maronen. So. Dann. Muripon Milk Coffee. Here is a coffee or low flavored puffed wheat snack. You can eat them as they are or mix them with milk like cereal. It's perfect for breakfast. Ich gab das gleiche Stammweiler. Letzt mal. Letzt mal. Wheat is. Weizen. Aufgepuffter Weizen. So. Funja. Funja. Milky Pistatje. Milky Candies are very popular in Japan and have been around for over 70 years. Um. Pistachio flavor is softer than the standard milky. Funja. Funja is an Ono. Oh god. Ono Matopoeia meaning very soft in Japanese. Good. So. Dann. Umaitama Chocolate Puffs. Umaitama are snacks from the same family as Umayibo. But with cream puff shape. Each puff has a crunchy texture and is filled with chocolate. A real treat. Onigiri Senpai. Here is a Senpai in German rice cracker whose shape resembles an Onigiri. If you don't know Onigiri it's a bowl of rice often triangular and surrounded by a sheet of nori seaweed. These mini senpai are seasoned with soy sauce based sauce with small pieces of nori seaweed. Then I have it here. Um. Karabaki Chocolate Pokemon. This chocolate bar also offers you a small challenge. Will you be able to remove the chocolate around a fossil of Pokemon and Pikachu without damaging them? Eight Pokemon Fossils available at random. Okay. Then. Uh. Kimmuchi Ramen. These small dried ramen have an original flavor. Kimmuchi. It is a Korean dish made of vegetables fermented with chili. Which is very popular in Japan. It's perfect for an aperitif. Then. haben wir noch Pongome Bar. Oh god. Bitte lass es süß sein. This little bar is made with sticky rice. The taste is sweet and salty. Okay. Sweet and salty. With a little soy sauce touch. This type of rice snack is enjoyed by all generations in Japan. Many Japanese adults today ate it when they were little. Okay. And last but not least. Blue Seal Tablet. Blue Seal is a very popular ice cream brand and chain of ice cream shops in Okinawa. South in Japan. These little candies replicate one of Blue Seals popular flavors. Hiku wasa sobe. Yummy. Uhm. Ich bin bloß verdammt überlegen. Ah. Mist. Wie heißt. Wie heißt die Pflanze gleich noch mal. Nicht Räubusch. Sondern. Ah. 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 danach mal schauen ich lasse mich überraschen alles in allem bin ich wieder sehr zufrieden mit der box freue mich auf die nächste und hoffe jetzt waren es vielleicht auch ganz spannend und dann hoffe ich nämlich wir sehen uns beim nächsten mal wieder und sage tschüss für heute und macht's gut also bye bye